Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video zum Beweisrecht. In diesem Video schauen wir uns zwei Institute an, die die Rechtsprechung entwickelt hat, um Parteien aus ihrer Beweisnot zu helfen. Wir beginnen mit der sogenannten sekundären Darlegungslast. Auf dieses Institut griff der BGH unter anderem in seiner ersten Entscheidung zum VW-Abgasskandal zurück. Der Kläger hat von einem Händler ein Fahrzeug gekauft und machte gegen den Hersteller VW einen Anspruch aus 826 Absatz 1 BGB geltend. Der Kläger musste grundsätzlich darlegen und beweisen, dass der Vorstand von VW oder ein anderer verfassungsmäßiger Vertreter im Sinne des 31 BGB die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen des 826 BGB verwirklicht hat. Da er keinen Einblick in die internen Unternehmensabläufe hatte, war es für den Kläger kaum möglich zu beweisen, was der Vorstand wusste. An dieser Stelle setzt die sekundäre Darlegungslast an. Sie setzt voraus, dass die darlegungspflichtige Partei, also hier der Kläger, außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufs steht und nichts über die maßgeblichen Tatsachen weiß, während der Prozessgegner diese Kenntnis hat und ihm eine Aufklärung möglich und zumutbar ist. Was meint ihr? Hat der BGH diese Voraussetzungen im Dieselfall als erfüllt angesehen? Wenig überraschend hat der BGH angenommen, dass die Voraussetzungen einer sekundären Darlegungslast vorliegen. Eine sekundäre Darlegungslast hat zur Folge, dass der Bestreitende, hier also VW, abhängig davon, wie substanziert die darlegungspflichtige Partei vorgetragen hat, seinen eigenen Vortrag ebenfalls substanzieren muss. Da der Kläger bereits Anhaltspunkte dafür vorgetragen hatte, dass der Vorstand von den Abgasmanipulationen wusste, durfte VW die Kenntnis des Vorstands nicht mit Nichtwissen bestreiten. VW hatte aber lediglich vorgetragen, es liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass der Vorstand an der Entwicklung der Abgassoftware beteiligt gewesen sei oder von deren Verwendung gewusst habe. Das hielt der BGH aber nicht für ausreichend. Die Behauptung des Klägers, der Vorstand habe Kenntnis gehabt, galt deshalb gemäß § 138 Absatz 3 ZPO als zugestanden. Eine weitere wichtige Fallgruppe der sekundären Darlegungslast ist der Nachweis negativer Tatsachen. Beispiel, eine Klägerin macht einen Anspruch aus 812 1 1 Variante 1 BGB geltend und legt dar, dass kein Rechtsgrund bestehe. Auch hier muss der Beklagte substanziieren, worin ein Rechtsgrund gelegen haben könnte. Tut er das nicht, gilt das Fehlen eines Rechtsgrundes nach § 138 Absatz 3 ZPO als zugestanden. Zum Abschluss noch eine Verständnisfrage. Führt die sekundäre Darlegungslast auch zu einer Beweislastumkehr? Nein. Die Ebene der Darlegungslast ist der Ebene der Beweislast vorgelagert. Erst wenn VW der sekundären Darlegungslast nachgekommen wäre, hätte der Kläger beweisen müssen, dass der Vorstand Kenntnis hatte. Weiter machen wir mit dem nächsten Institut, dem sogenannten Anscheinsbeweis, der auch Prima Facie Beweis genannt wird. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass das Gericht von feststehenden Tatsachen auf andere Tatsachen schließt, die nicht bewiesen sind. Der Grundgedanke ist, dass aus den feststehenden Tatsachen nach allgemeiner Lebenserfahrung regelmäßig auf das Vorliegen der nicht bewiesenen Tatsachen geschlossen werden kann. Um diese Verknüpfung zu charakterisieren, nutzt die Rechtsprechung die Bezeichnung typischer Geschehensablauf. Hiermit ist gemeint, dass ein bestimmter Sachverhalt feststeht, der nach einem allgemeinen Erfahrungssatz darauf hinweist, dass eine bestimmte Ursache oder ein bestimmter Ablauf maßgeblich für den Eintritt eines bestimmten Erfolges ist. In seiner Struktur ähnelt der Anscheinsbeweis einer Tatsachenvermutung. Aus dem Vorliegen bestimmter Tatsachen wird auf andere Tatsachen geschlossen. Kennt ihr ein Beispiel für einen Anscheinsbeweis? Ein klassisches Beispiel für den Anscheinsbeweis ist ein Auffahrunfall. Fährt ein Autofahrer auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf, spricht ein Erfahrungssatz dafür, dass der auffahrende Fahrer fahrlässig handelte, weil er zu schnell gefahren ist, keinen nötigen Abstand eingehalten hat oder zu spät reagiert hat. Es kann somit auf ein fahrlässiges Verhalten des Fahrers geschlossen werden, ohne dass im Einzelnen aufgeklärt wird, wie es zu diesem Fehlverhalten gekommen ist. Die Partei, zu deren Lasten der Anscheinsbeweis wirkt, kann sich dagegen verteidigen, indem sie den Gegenbeweis erbringt. Zur Wiederholung, das ist nicht der Beweis des Gegenteils. Der Anscheinsbeweis muss lediglich erschüttert werden. Das ist der Fall, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines von der Lebenserfahrung abweichenden Geschehensablaufs bewiesen wird. Beim Auffahrunfall kann der Auffahrer zum Beispiel nachweisen, dass das Bremslicht des Vorausfahrenden defekt war. Fassen wir noch einmal zusammen. Eine sekundäre Darlegungslast setzt voraus, dass die darlegungspflichtige Partei außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufs steht und nichts über die maßgeblichen Tatsachen weiß, während der Prozessgegner diese Kenntnis hat und ihm eine Aufklärung möglich und zumutbar ist. Der Prozessgegner muss dann selbst substanziieren, warum die dargelegte Behauptung nicht zutrifft. Tut er das nicht, gilt der Vortrag der darlegungspflichtigen Partei als zugestanden. Beim Anscheinsbeweis wird mithilfe eines allgemeinen Erfahrungssatzes aus bestimmten Umständen auf andere Umstände geschlossen. Um den Anscheinsbeweis zu erschüttern, muss die Partei, zu deren Lasten erwirkt, nachweisen, dass ein abweichender Geschehensablauf ernsthaft möglich ist. Soviel zu unserem zweiten Beweisvideo. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.